Ihr Aufstieg war rasant. Ihre Radiosendung preisgekrönt. Ihre Bühnenshows von der Presse gefeiert. Doch mit der Tour kam alles anders. Das ganze Jahr war ein riesiger Reinfall. Herz an Herz ist einfach tot. Ist so. Das hat keine Zukunft. Ich weiß nicht, was ich mache, ob ich zurück ins Schlagerbusiness gehe oder Tiger in den Club. Aber es ist klar, die Kleinkunstpuffs ohne mich. Misserfolg, Streit und Zwietracht. Findest du das gerade witzig? Ja, also ... Hä? Dann guck dir das vorher an. Wenn du das gestern Abend erst hochlädst, was erwartest du? Das ist schon seit einer Woche. Ich hab keinen Bock mehr, ich mach da nicht mehr mit. Ich werd mich nicht wieder vor zwei Leuten, die dann im Publikum sitzen, lächerlich machen. Ja, also, ganz ehrlich, war beschissenes Jahr. Keinen TV-Vertrag bekommen, nicht verklagt worden, obwohl wir das wirklich wollten. Wir haben echt alles versucht. Ja, also, für die Zukunft ist ich schwarz. Steht Herz an Herz vor dem Ende. Wisst ihr was, Leute? Das hat alles keinen Zweck mehr. Ich mach so eine Scheiße nicht mehr. Weißt du, was wir machen müssen? So was hier. Schön, Ballon-Challenge. Das sieht natürlich eigentlich ganz geil aus. Das ist auch heiß, Leute. Du musst ja nur so ein paar Ballons aufblasen und dann so ins Gesicht platzen. Nein, rein jissen. Was? Ist das Ihre letzte Chance?